Jedes Handeln hat eben seine Konsequenzen. Jetzt müssen Sie diese Wohl- oder Übel aushalten. Ob man es will oder nicht, es ist eine Straftraft vor Gott und dem Gesetz. Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich. Wurden Sie zu der Entscheidung gedrängt oder liegt es bloß an Ihren finanziellen Zuhause? Jetzt müssen Sie lernen, mit der Schuld umzugehen. Wenn ich das damals getan hätte, gäbe es dich heute gar nicht. Die Frage ist ja, wann beginnt Leben? Stop criminalizing abortion. Stop criminalizing abortion. Stop criminalizing abortion.